Was ist denn, was ist denn überhaupt für ein Server? Deutsch. Loll. Ich werde dann einfach Incend überrannt. Vom Bot. Das ist natürlich echt gut der Fehler. Ich hab schon gesprayt. Wieso spray ich? Das ist einfach so schwer, dass ich es einmal angehört habe. Ja, ich muss kurz CS neu starten. Oh mein Gott, Mann. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Wer kommt mit den neuen Sounds auch nicht klar? Ja, hier. Ne, das ist komisch. Ich finde es ein bisschen beschissen, dass sie den Sound von der AK verendet haben. Ja. Sollen sie doch lieber mal was an ihrem Ticksystem ändern, aber okay. Ja, ich weiß nicht, das war ein guter Scheiße. Äh, ein Bot hat mich gekillt, alles klar. Ich würde mal sagen. Alter. Ich würde mal sagen. Geht direkt. Galtke hat nein! Galtke hat einfach 4-9 gegen Mönchengladbach gewonnen. Wer? Wer? Galtke. Wichtig ist, dass Bayern nicht gewonnen hat. Digga, wichtig ist, dass der FC als Eis gespielt hat. Ey, was ist das jetzt für eine Scheiße, ihr Mann? Warum ist das jetzt so unangezeigt? Hey, der Bot pre-fired mich, what the fuck, Alter? Juhu, du bist voll zweimal von Bot gekillt. Der Bot hat mich voll gepre-fired. Holy shit, man. Ah, 10 Sekunden geht los. Ach du Scheiße, Pistol round. Ne, I'm wrong. Wir gehen auf A, oder? Wir gehen auf A. Kann mich jemand boosten? Ja klar. Okay. Let's go. Nö. Ach cool, jetzt kann ich wieder meinen Mod gewinnen. Digga! Danke, bin oben. Ey, ich hab 80 FPS, was ist das? Jetzt hab ich wieder 299. Oh Gott, ich hab einen 1-1, ich hab 1-1. 1-1. 1-1. Okay, der ist down. Schön. 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 Letztes war oben drauf, letztes oben auf dem Dach. Komm zu mir. Mein Schatz. Ich muss nicht, ich muss nicht, ich muss nicht, ich muss nicht. Kein Hit, kein Hit. Oh Gott. Kein Hit. Komm her, wir müssen das zusammen machen. Können wir nicht einfach warten, weil das ist ja 2 gegen 1. lachen Hey läuft auf. Ey, der Typ geht ab. Lauf einfach weg. Der ist hinter dir. Der ist hinter dir. Das ist hinter dir. Das ist gar nicht. Warum rede ich zu ingame? Weil das ist nicht einfach. Doch, oder? Ist das verlust du? Ja. Jetzt! Wollen wir stehen oder? Ja. Mir relativ geil. Ja, wir gehen mal... Flott dich B, oder? Gehen wir Auto B? Nein, gehen wir mal A. German server sucks. Nein, 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 nein. Weißt du, der hat halt einen 34er-Bring und beschwert sich. Fort has hit, hat keiner weg. Stun. Wollen wir auf AK-Kressiv gehen, oder? That means yes. Nein, nicht von hinten, nicht von hinten. Einer ist noch. Highway, Highway. Das ist zu schön. Nein, nein. Ich hab eine für dich, wenn du willst. Nein, ist egal, ist egal. Nein, ich brauch die nicht. Ja, dann gib. Danke. Für die USB-S lieber als die DINs. Ich wollte mein eigenes Bild, oder? Ja. Nicht, dass wir uns noch umpushen, oder so. Achtung, die können jetzt mainflashen. Ey, grün. Was? Wie heißt du noch mal? Juli. Ja. Heute bin ich wieder gut gelaunt. Ah, ich hab den Lächeln. Ja, alles klar. Einer ist On-Spot. Alles klar. Ja, ist ein neuer Tag, ja man. Aber ich wollte eigentlich nicht Cache spielen. Aber okay. Die Galil hört sich einfach gleich an wie die AK. Das ist so schlecht. Ich weiß, was sich auch gleich anhört wie die AK. Alles. Hey Atrox, mit welcher Sensitivität spielst du? Hab ich nachgeguckt. Eins, drei, fünf. Okay. Äh, als ob. Jeder spielt so ein Nino. Außer du. Ja, ich hab halt einfach in-game fünf. Ich hab in-game fünf und meine Mausen sind Titel auf glaube ich 1200 DPI oder so angestellt. Ja, Nino ist extrem krass. Nino ist... Das war halt. Das war halt der Wallhack-Kill des Todes. Du bist, du bist, du bist wie, äh, Beaver. Ja, macht ja außer wenig. Ich will aber auch relativ auf einer hohen Dinos. Atrox, willst du die Galil troppen, dann kannst du die AK kaufen, oder? Alter, Juli, hast du den Kick grad gesehen? Nö. Oh, schade. Ich bin halt einfach schießend in Decke gelaufen und hab irgendwie so gekriegt. Das ist doch nice. Ja, okay. Äh, I could need some help. Alter. Ui, das war schlecht. Wollen wir, äh, Dings gehen, oder was? Ah. Können B kommen, glaube ich. Y steht. Ich bin trotzdem auf B-Spot. W-Spot. Nice. Einen auf Adder. Und noch eine auf Adder. W-Spot vor W-Spot. Nice. Schöööööön. ach ja simon wir haben ja gestern gespielt haben wir da zu zweit gespielt ich hab doch mit jemand anderes zu zweit wo ich einfach gequittet bin orange kannst du mich boosten? ich boost dich ich boost dich bist zu spät nbk steht nbk frei hat geh weg 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 schön ui einer dritte die die hat 40 AP eines k K 3 K dalek rechte Ecke K ja jo alles klar rechte Ecke steht der ist nicht schlecht für seine 500 Stunden Letzter суп das aber also der mesch mesch rick der ist nicht schlecht für seine 500 stunden ja ich wusste ich wusste ich wusste ich wusste ich weiß wenn mir auf die eier geht weil er hat dieses lag aber der lag richtig quasi wie deine mutter wie deine mutter weißt du wiii einer main down da push noch einer da push noch eine main ja easy bei mir geht es hart rein bei mir ich kann ein bisschen mich auf herumdrehen ein kipp noch weil ich keine kippe ein bisschen hier auf kappen auf kappen muss man nicht nur beinten dann mache ich jetzt einmal so eine kurve dann passt perfekt jetzt werde ich sterben ich muss mal aus einer folie 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 scheiße hat mich hat nichts von mir ich hasse den die position forklift mann du kannst dich das so wer ist damit äh orange brennt das mal irgendwo brennen ne wo ist letzter keine ahnung egal brennt einfach bleibt mal bei bombe das war schon einer von euch am spawnen bei denen ne well do it now mafraim orange deck äh unserer t-richtung ahja also spawn is clean hä wo kann der sein der muss auf der muss ja dann auf a sein äh squeaky vielleicht squeaky ja wollte ich grad sein das macht ihr alter dino ja ich mache ich mache ich mache ich puste wer braucht keine bombe jalla oh gott oh gott ja macht doch alter wie sie jede runde fressen dinge diese spas alter das ist einfach die blöse k steht noch k steht ja er ist unterwegs aua der hat autosniper ich drück dem halt ich drück dem halt scheiß headshot durch wall willst du mich verarschen hatte der grad echt ne autosniper und hat mich nicht down bekommen ich bin gestanden wir müssen uns ja nicht auf das niveau herablassen ey atras kannst du mich eventuell boosten ja ich boost dich man ich geh immer a weil da kann lila main durchgehen jetzt komm schon komm schon dieses mal PC jawoll ich wusste das und wo ist der nächste wo ist der nächste da ist der nächste schön 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 holl wotter fuck alter hatte der wieder autosniper ne der hatte nur auf alter wotter fuck was geht die ab man ich bin letzter mit 83 alles klar die haben jetzt ein schönes bond ich gehe einfach mal hier hoch ja ja mitte push glaube ich mit 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 flasch noch eine flasch noch eine flasch einer hat von hinten also entweder uns dort gehen oder so ich blende ich blende man warum blockst du mich denn was war klar ich hab dir zehnmal gesagt der ist nice alter random flash zu werfen ist real haben wir jetzt alle ne nino natürlich nicht kann mich jemand boosten flashback alter wofür 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 Oh, warte, wir wollen noch. What down? Ja, das sollte clear sein. Ist mir egal. Wir sind aber auf dem, komm. Also, hey, das ist doch. Hehehe, der hat auch aufgehend. Juli, komm, holen wir uns, Juli! Los, Juli, los! Ich hab schon Sicky, Sicky! Interessantes Gameplay von ihm auf jeden Fall. Von wem? Der hat sich gecheckt. Ich glaub, der dachte, dass es A wär. Ja. Ach, nee. Das ist jetzt echt schade. Noch eins? Ja, klar, Mann.